Ich bin Gesine, ich bin Mitte 30, ich bin Journalistin, ich mache ganz viele Radiobeiträge, Freiberufler und ich wohne in Berlin-Prenzlauer Berg. Meine Haarfarbe ist sowas von blond, dass sie von ungefähr 300 Kilometern einem schon ins Auge sticht. Ich bin ja so ein straßenküter Blond eigentlich, das heißt ich habe ein bisschen nachgeholfen, sieht natürlich nicht so so natürlich aus. Es ist ein bisschen Lebenseinstellung auch. Eigentlich bin ich weder blonder Engel noch blondes Gift. Ich bin halt wirklich blonder Clown. Styling vor Bilder habe ich alles so unberühmte Leute. Es sind eher so Menschen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Styling-Tipps für unterwegs bei mir tatsächlich John Frieder Seasol Spray, weil das ist halt das Einfachste, was man machen kann. Ich brauche nicht meine Bürste eigentlich, sondern fertig. Blond ist kühl, blond ist cool. Blond ist eine gute Grundlage für Pastelltöne. Ich bin Gesine und meine blonden Haare sind für mich wichtig, weil ich damit aus jeder Masse hervorsteche.